Dem Quintus gehörte dann auch das Gut Wassersuppe unweit Rathenow und der Grundstock zu seiner antiken Sammlung stammte möglicherweise aus dem Brülschen Schloss. Seht ihr, der olle Grötter von Sankt Sussi hat ziemlich Dreck am Stecken. Darauf entspann sich ein Streitgespräch unter den Erwachsenen. Wir Kinder, außer Hilde, die auf Früh reif machte, krochen unter den Tisch. Nicht ohne ein Körbchen voll Haselnüsse und den Nussknacker mitzunehmen. Die weit herunterhängende Schondecke aus grünem Filz schützte uns. Wir krochen erst wieder hervor, wenn Onkel Hans die nächste Fritzenanekdote zu erzählen begann. Hier und heute, in diesem märkischen Dorf, erinnere ich mich an viele dieser Geschichten, befinde ich mich doch auf sozusagen fritzischem Boden. 1737 hatte der damalige Kronprinz in Neuruppin und Rheinsberg installiert, dieses Gut gekauft, in der Hoffnung, mit den Einnahmen sein knappes Taschengeld aufzubessern. Die sandige Kuhplecke warf aber nichts ab. Ich verkneife mir bewusst eine Schilderung jener Epoche, während der am Kavaliershaus ein Schild hing mit der Inschrift LPG-Rotes Banner, sondern wühle lieber noch ein bisschen in dem Berg von Anekdoten, die meine Kindheit bereicherten. Dort, in der Laube am äußersten Rand von Berlin. Anekdoten, deren jede einzelne Oma Krause in ihre Theorie vom Untergang Preußens einzupassen versuchte. Durch Großberlin marschieren wir, sangen die braunen Massen. Wir, dort in der Laube, pflegten die Idylle. Gleich nach der Wende fuhr ich nach Stölln, einem Ort in der Mark in der Nähe von Rathenow, wo Otto Lilienthal die letzte Serie seiner Flugversuche absolvierte. Recherchen auf den Spuren Lilienthals. Der hundertste Jahrestag seines Absturzes jährte sich.